Als Neobiota bezeichnet man Arten und untergeordnete Taxa, die sich ohne oder mit menschlicher Einflussnahme in einem Gebiet etabliert haben, in dem sie zuvor nicht heimisch waren. Neobiotische Pflanzen nennt man Neophyten, neobiotische Tiere Neozonen und neobiotische Pilze Neomyceten. Diese drei Bezeichnungen sind vor allem im deutschsprachigen Raum gebräuchlich. Im Englischen werden vorwiegend zusammenfassende Bezeichnungen wie Alien Species oder bei verdrängenden Potenzen invasive Species verwendet, ohne Unterscheidung zwischen Pflanzen, Tieren und Pilzen. Zu den wichtigsten Transportmitteln für Neobiota gehört heute der weltweite Güterverkehr, der die unbeabsichtigte Verschleppung von Neobiota ermöglicht. Den Vorgang der Einwanderung oder Einschleppung, Etablierung und Ausbreitung im neuen Gebiet bezeichnet man als biologische Invasion. Das zugehörige Teilgebiet der Biologie ist die Invasionsbiologie. Neobiota zeichnen sich meist durch typische Eigenschaften wie Anpassungsfähigkeit, hohe Fortpflanzungsrate und oft auch eine Assoziation mit Menschen aus. Diese Eigenschaften bestimmen im Zusammenspiel mit der Anfälligkeit des neuen Gebietes für biologische Invasoren und der Anzahl Verschleppter Individuen die Erfolgswahrscheinlichkeit, mit der sich nach einem Ausbreitungsereignis eine stabile Population etabliert. Während zahlreiche Neobiota keine merklichen negativen Auswirkungen verursachen, geht von einigen etablierten Neobiota ein stark negativer Einfluss auf die Biodiversität ihres neuen Lebensraumes aus. Oft verändert sich die Zusammensetzung der Biozynose beträchtlich zum Beispiel durch Prädation oder als Folge von Konkurrenzdruck. Neobiota können wirtschaftliche Schäden anrichten, zum Beispiel als Forst-, Uferschutz- und Landwirtschaftsschädlinge. Sie können außerdem als Vektoren von Pathogenen in Erscheinung treten, die teilweise auch Nutzpflanzen, Nutztiere und den Menschen befallen können. Begrifflichkeiten Die Terminologie der Invasionsbiologie ist sehr uneinheitlich. Im englischen Sprachraum werden vornehmlich Bezeichnungen wie invasive Species oder ähnliches genutzt, die verschieden ausgelegt werden und nicht zwischen verschiedenen Tiergruppen oder Eigenschaften der Art differenzieren. Die International Union for Conservation of Nature and Natural Resources unterscheidet in ihren Definitionen zwischen Alien Species und Invasive. Alien Species Alien Species sind Arten, die durch menschlichen Einfluss in ein fremdes Gebiet eingeschleppt wurden. Das Attribut Invasive wird Arten zugeschrieben, die in ihrem neuen Lebensraum bereits heimische Arten verdrängen. Neben der Uneinheitlichkeit wurde auch die militärische oder gar xenophobe Konnotation von invasive und alien kritisiert. Die wertneutrale Bezeichnung Neobiota vereinigt alle Arten, die durch menschlichen Einfluss neue Gebiete besiedelt haben. Die Bezeichnungen mit Neo werden allerdings nicht ganz einheitlich gebraucht. Nach einer Auffassung gelten die Bezeichnungen Neobiota bzw. Neophyten oder Neozonen unabhängig davon, wann eine Art eingeschleppt wurde. Nach einem anderen Verständnis gelten diese Bezeichnungen nur für ab 1492 verschleppte Arten. Als Grenze wurde das Jahr der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus gewählt, weil es den Beginn des intensiven Austauschs von Lebewesen zwischen Europa und Amerika markiert. Zuvor verschleppte Arten, etwa im Zuge der Neolithischen Revolution verschleppte Nutzpflanzen, werden Archäobioter genannt bzw. Archäophyten oder Archäozonen. Diese Bezeichnungen werden vornehmlich im deutschen Sprachraum gebraucht. Punkt. Für gebietsfremde Arten existieren noch zahlreiche weitere Kategorien, siehe dazu Kühn und Embklotz. Archäobioter und Neobioter werden unter dem Begriff Adventivarten zusammengefasst. Abhängig von der Einschleppungs- oder Einführungssaat und dem folgenden Etablierungsgrad gibt es unter den Adventivpflanzen noch weitere Differenzierungen. Die Bezeichnung Neophyten geht auf die von 1918 stammende und anerkannte Definition von Albert Erlung zurück, die später vielfach modifiziert wurde. Die entsprechende zoologische Definition ist weitaus jünger und nicht in demselben Maß verbreitet und allgemein anerkannt. Die Bezeichnung Neomyceten wurde 1999 von Markus Scholler eingeführt. Biologische Invasionen Der gegenwärtig wohl wichtigste Vektor für Neobiota ist der Welthandel. Sein stetiges Wachstum erhöht die Anzahl von neuen Neobiota beträchtlich. Zu den wichtigsten Vektoren gehören Frachtschiffe, wo Neobiota etwa in Containern oder Frachtgut versteckt eingeschleppt werden können. Auch die Luftfahrt verbreitet Neobiota weiter, die Verbreitung über Handelswege ist zumeist unbeabsichtigt. Es ist auf Länderebene eine Korrelation von Wirtschaftsstärke und Anzahl von Neobiota festzustellen. In der Vergangenheit, seltener auch heute, wurden Neobiota auch absichtlich ausgesetzt, zum Beispiel als biologische Schädlingsbekämpfung oder Wild. Ebenso können Neozonen aus menschlicher Haltung entweichen und stabile Population etablieren. Und Nutzpflanzen können sich in der Wildnis etablieren. Invasive Arten gelten als bedeutender Teil der Globalisierung. Wenn Menschen Einfluss auf die Umwelt nehmen, können sich Organismen dadurch indirekt verbreiten und als Neobiota in ein neues Gebiet einwandern. Beispielsweise ermöglichen Kanalbauten Wasserlebewesen den Zugang zu einem neuen Gebiet. Es ist aber nicht immer eindeutig feststellbar, ob sich die Arten aufgrund anthropogener Umweltveränderungen ausgebreitet haben und folglich als Neobiota einzustufen sind. Die Ausbreitung der Türkentaube zum Beispiel könnte einerseits auf die Schaffung von Agrarlandschaften als Nahrungsangebot für die Taube zurückzuführen sein, andererseits auf genetische Anpassungen der Taube. Laut einer 2015 in Nature veröffentlichten Studie wurden nachweislich mindestens 13.186 Pflanzenarten durch den Einfluss des Menschen aus ihrem ursprünglichen Lebensraum in andere Regionen verschleppt und dort heimisch den größten Zuwachs verzeichnete Nordamerika. Die wichtigste Quelle für alle anderen Kontinente war Europa. Eigenschaften, nachdem gebietsfremde Lebewesen in ihrer neuen Umgebung angekommen sind, können sie aussterben oder sich etablieren. Der Erfolg beim Etablieren hängt sehr stark von den Eigenschaften des betreffenden Neobionten ab. Eine Reihe von Faktoren scheinen eine Etablierung zu begünstigen. Es wird davon ausgegangen, dass eine höhere Fortpflanzungsrate, kurze Generationsfolge und schnelles Wachstum den Erfolg eines Neobionten begünstigt. Der Zusammenhang wurde in mehreren Fallstudien an eingeschleppten Fischen und Landpflanzen bestätigt. So kann schnell eine neue Population aufgebaut werden. Und die Population kann sich eher von Bestandseinbrüchen erholen. Neophyten zeichnen sich daneben oft durch eine hohe Samenproduktion, große Samen und frühe Geschlechtsreife aus. Generalisten können sich leichter in neuen Lebensräumen etablieren, da sie ein breiteres Spektrum von ökologischen Parametern tolerieren. Das lässt sich unter anderem bei eingeschleppten, generalistischen Pädatoren beobachten. Ihnen fehlt in neuen Lebensräumen nicht ihre spezielle Beute. Und sie können nach Bestandseinbrüchen ihres bevorzugten Beutetiers auf andere Beute ausweichen. Auch erweisen sich physiologisch an verschiedene Wasserwerte angepasste Fische als besonders invasiv. Die Fähigkeit zur raschen Änderung des Phänotyps in Anpassung an eine neue Umgebung bezeichnet man als phänotypische Plastizität. Sie begünstigt den Erfolg einer Invasion. Ein typisches Beispiel sind die mittelamerikanischen, baumbewohnenden Anolis-Echsen. Sie können im Laufe ihrer Individualentwicklung abhängig von der Dicke der Este ihres Lebensraums besonders lange oder kurze Hinterbeine ausbilden. Dies kam dem Bahama-Anolis bei seinen Invasionen in Nord- und Mittelamerika zugute. Dasselbe dürfte für die Anpassung des Verhaltens an die neue Umgebung gelten. Einen empirischen Hinweis auf die Gültigkeit dieser Hypothese lieferte die Analyse von rund 600 Invasionen von Vögeln. Dabei wurde festgestellt, dass Vögel mit einem im Verhältnis zu ihrer Körpergröße großen Gehirn sich besonders wahrscheinlich etablieren. Die erhöhten kognitiven Fähigkeiten eines größeren Gehirns ermöglichten offenbar eine erfolgreiche Anpassung des Verhaltens an die neue Umgebung. Ein ähnlicher Zusammenhang wurde auch für Säugetiere wahrscheinlich gemacht. Allerdings wird die Relevanz beider Ergebnisse auch von anderen als methodisch zweifelhaft bestritten. In den meisten Fällen ist davon auszugehen, dass ökologische Unähnlichkeit zu bereits etablierten Arten die Invasion eines Neobionten begünstigt. In solchen Fällen könnte der Neobiont noch ungenutzte Ressourcen verwenden oder auf mangelnden biotischen Widerstand treffen. Daneben wurde für viele Neobioter eine gute Fähigkeit zur Ausbreitung und bei Pflanzen eine besonders effektive Nutzung von Licht, Wasser und Stickstoff in Zusammenhang mit der Fähigkeit zur Etablierung festgestellt. Die Beziehung zum Menschen kann ebenfalls den Erfolg einer Invasion begünstigen. Für den Menschen unauffällige Neobioter wie zum Beispiel nachtaktive Schlangen können Bekämpfungsmaßnahmen entgehen. Und eingeschleppte Haustiere und Nutzpflanzen werden oft nicht bekämpft. Als Kommensar in der menschlichen Zivilisation lebende Neozonen finden überall Ressourcen zur Etablierung. Und einige Arten können durch ihre Lebensfähigkeit in durch Menschen erzeugtem Mikroklima ansonsten klimatisch ungünstige Bedingungen tolerieren. Auswirkungen Welche ökologischen Folgen und ökonomischen Auswirkungen Neobioter haben und wie sie sich auf nicht ökonomische Werte von Natur auswirken, ist Gegenstand einer seit Jahrzehnten andauernden äußerst kontroversen Diskussion, die auf konkurrierende, kulturell geprägte Deutungsmuster schließen lässt. Weitgehende Einigkeit dürfte bestehen, dass die meisten Neobioter nur geringe ökologische Folgen und Auswirkungen auf den Menschen haben. Aber eine Reihe von Neobioter starken negativen Einfluss auf ihren neuen Lebensraum, die lokale Wirtschaft und oder die Gesundheit des Menschen haben. Auf den Menschen Gefahr für die menschliche Gesundheit kann von Neobioter ausgehen, die Krankheiten übertragen. Eingeführte Arten können als Vektor für eine neue Zoonose dienen oder sie können Vektor für bereits vorkommende Krankheiten werden und so Infektionsraten erhöhen. Ein Beispiel sind Moskitus deren Ausbreitung zudem durch die globale Erwärmung begünstigt wird. Durch das Entstehen neuer, warmfeuchter Lebensräume könnten krankheitsübertragende Moskitus in Verbindung mit menschlichem Transport ihr Verbreitungsgebiet erheblich erweitern. Von Neophyten ist bekannt, dass sie Allergien auslösen oder durch Umstrukturierung von Pflanzengemeinschaften die Wahrscheinlichkeit für Brände erhöhen können. Neobioter können schädliche Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Die weltweiten jährlichen Verluste durch Neobioter schätzt Davies auf mehrere 100 Milliarden Dollar. Auch hier treten Neobioter als Vektoren für Pathogene auf etwa von Nutzpflanzen-Krankheitserregern. In Südafrika hingegen senkten eingeschleppte Kiefern, Eukalypten und Akazien den Wassergehalt von Böden, wodurch die Landwirtschaft Schaden nahm. Auch können Neobioter selbst Schädlinge sein, wie zum Beispiel der Forstschädling, blaue Fichtenholzwespe. In armen Regionen kann dies verheerend sein. Die Tabak-Mortenschildlaus führte in armen Regionen Mexikus das Tomatenvirus TYLCV ein. Die Bauern können sich Bekämpfungsmaßnahmen wie Pestizide nicht leisten. Und die Ernte fällt oft nahezu total aus. Auf Ökosysteme Neobioter verändern oft die Zusammensetzung einer Biozynose signifikant und können den Bestand von heimischen Arten vermindern. Gelegentlich verändern sie auch die physische Struktur in ihrem neuen Verbreitungsgebiet. Ökosysteme bieten auch ökonomischen Nutzen, von der Bestäubung von Kulturpflanzen bis hin zu Freizeitaktivitäten. Somit geht mit einer Störung der Ökosysteme oft ein wirtschaftlicher Schaden für den Menschen einher. Neobioter können den Bestand von einheimischen Arten stark verringern. Dabei können die von ihnen mit verschleppten Pathogene oder Parasiten den Bestand vermindern. Oder aber der Neobiont ist selber ein Predator. Insbesondere auf Inseln kann es zum Artensterben kommen. Da Tiere in solchen isolierten Ökosystemen nur geringem Selektionsdruck durch Predatoren ausgesetzt waren und somit keine natürlichen Fluchtinstinkte oder andere Abwehrmaßnahmen ausbildeten. Es wird geschätzt, dass bei 54% der Artensterben in historischer Zeit Neobioter eine mehr oder weniger bedeutende Rolle spielten. Somit sind Neobioter nach Habitatzerstörung die wichtigste Ursache für Artensterben. Auf Guam bejagte die braune Nachtbaumnatter zehn der zwölf heimischen Vogelarten bis zu deren Aussterben. Obwohl die Vögel Guams als Beutetiere nun fehlen und der Bestand der braune Nachtbaumnatter einbrechen müsste, kann die Schlange durch eingeführte Beutetiere wie den Rotkelanolis ihren Bestand aufrecht erhalten und weiterhin Druck auf Guamsa wie Fauna. Ausüben in kontinentalen Ökosystemen kommt es jedoch meist nicht zum Artensterben, sondern nur zu Bestandsabnahmen. Eingeführte Hörbivoren können Pflanzenbestände dezimieren. Überhöhter Weidegang kann weitreichende Folgen haben. In Chile etwa führten verschleppte Hasenartige und Rinder zur Versteppung einstiger Wälder. Neobioter können auch in Konkurrenz mit heimischen Arten treten. Durch Konkurrenz wird zwar nur selten ein Aussterben verursacht, Bestandseinbrüche sind jedoch möglich. Besonders auf nährstoffarmen Böden können Neophyten durch Konkurrenz um Nährstoffe heimische Pflanzen dezimieren. Über der Erde hingegen herrscht eine Konkurrenz um Licht für die Photosynthese. Auch bei Neozonen besteht die Möglichkeit eines Konkurrenzausschlusses. Auf San Salvador eingeführte Hausratten verteidigen von ihnen aufgefundene Ressourcen aggressiv gegen Galapagos-Reisraten der Art Nässe Rizomis. Swati, was deren Bestand negativ beeinflusst, wird eine negative Einwirkung eines Neobionten über weitere Arten an eine heimische Art gegeben, bezeichnet man dies als indirekte Einwirkung. Ein Beispiel sind Rückgänge von Pflanzenarten, die indirekt über den Rückgang von Bestäubern verursacht wurden. Gründe können zum Beispiel die Konkurrenz von Neophyten um die Bestäuber sein oder die Verringerung der Bestände der Bestäuber durch räuberische Neozonen. Indirekte Einwirkungen können also über die Störung von bestehenden symbiotischen Beziehungen erfolgen. Ebenso ist dies über die Veränderung von Nahrungsnetzen möglich. Von einigen invasiven Muscheln wurde zum Beispiel bekannt, dass sie durch übermäßige Bestandsreduktion des Phytoplanktons ganze Nahrungsnetze zum Zusammenbruch brachten. Dies bezeichnet man als trophische Kaskade. Auch können Neobiota biogeochemische Prozesse verändern, was sich negativ auf heimische Arten auswirken kann. Dies ist insbesondere von Neophyten aber auch von Neozonen bekannt. Bestimmte Neophyten etwa erhöhten den Stickstoffeintrag von Böden sehr stark und stören damit den lokalen Stickstoffkreislauf. Ratten können den Nährstoffeintrag auf eine Insel senken, da Seevögel von Ratten bewohnte Inseln meiden und keinen Guano mehr eintragen. Andere Neobiota verändern ihre Umwelt physisch oft mit negativen Auswirkungen auf heimische Arten. Auf Macquarie Island vor Tasmanien führte Überweidung durch Hasen zu Erdrutschen, wodurch Nistplätze von Seevögeln zerstört wurden. In Nordamerika eingeführte Regenwürmer bewegen die Pflanzen Reste und den Humus aus dem Streu in tiefe Erdschichten, wodurch heimische Pflanzen eine Knappheit an Stickstoff und Phosphor erleiden. Ökosystemingenieure können auch positive Auswirkungen auf ihre neue Heimat haben. Neophyten können etwa die Erosion von Hängen reduzieren, auf denen zuvor heimische Vegetation durch menschlichen Einfluss entfernt wurde. Eingeschleppte Ökosystemingenieure erhöhen offenbar die Biodiversität eines Ökosystems, wenn sie die Heterogenität der Ressourcenverteilung erhöhen. Sie bewirken eine Abnahme der Biodiversität, wenn sie eine homogenere Ressourcenverteilung bewirken. Infolge von biologischen Invasionen kann es also zu einer Sukzession und einem stark veränderten Ökosystem kommen. Auf andere Neobiota Neobiota können andere Neobiota positiv beeinflussen, was wiederum eine Reihe kritischer Prozesse auslösen kann. So verursachte die gelbe Spinnerameise als Neozoon auf den Weihnachtsinseln während Jahrzehnten keine Probleme. Als aber die Schildlaus Kokoscellatus eingeschleppt wurde, konnte die gelbe Spinnerameise von dem Honigtau der Schildlaus profitieren und es entwickelten sich größere Populationen, welche für den Rückgang der Weihnachtsinselkrabe verantwortlich sind und in der Folge auch für Schäden am Wald. Ebenso können bereits etablierte Neobiota ein Ökosystem resistenter gegen neue Neobiota machen. Dies war etwa bei Kiefern der Fall, deren Ausbreitung in mehreren Fällen durch zuvor etablierte Hörbivoren gestoppt wurde. Allerdings können Neobiota andere Neobiota auch negativ beeinflussen. Beispielsweise befällt die sich zunehmend in Europa ausbreitende Rosskastanienminiemotte seit Ende des 19. Jahrhunderts die in Europa eingeführte, gewöhnliche Rosskastanie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017